beidrashem yushaumikilayim davyud mishteyn davtessahmetbeis ohne dezvete perig bis jate deschmaye sag die elegemischne kolse osche jesboid oiva hein geime lernen nicht legabe wie er soe Sachen sehnen eingepflanzt in der Welt nur jetzt reddi mischne wenn ein mensch hat, lass mal sagen, akeli full mit zroem und in die zroem denn in der reine gemisch noch zroem, sie zei mozzi, also wenn mit bartho is er na bissela, es ist klent schick zroem lach, sie gibt es ach amisch arrein, haste achmo kerne den afile in gesheftem, wo sie pakeufen nisslach, aber gibt es achse achap arrein von den andre zroem, ein bissel do, aber also geht doch, also bei zroem noch mehr, in dem mischne zei kol soo sche jesbo roiva zera memin achhe, jemaet, oidu zes wenn der geist einpflanzen, als in as kamut von zroo von zroem, aus der ganze kamut, wieviel do do a zroo, und so do a viertel von akav, von andre, also ich fiel da reingemisch an andre min, e da lache is, ah du darfst zroes nehmen, darf sicher machen zroes nehmen, du darfst zroes einpflanzen, derme ure, bis du nehmst zroes, dir darfst du es mei maiet sein, as es soll sein weniger wie a raufe, oder kässt da reinlegen, as es soll sein mehr wie a zroo, as es los kommen, as es wenige von einer von 24. Rebioysi, oi mei yobu, das heißt, ah du darfst zroes nehmen de ganzer. Dann kamer lehont, dass sie genug, zu mei maiet sein, es soll sein weniger wie a raufe, akav. Rebioysi lehont, as berregel, wo du heibst zroes nehmen, oidu watsch zroes nehmen de ganzer, kookt es aus kiludibus, mekane, de kilaien bedavke. Aber oidu, ohne mich wenn wenige wie a so, es Rebioysi, moida, as im Ute. Das heißt, Rebioysi, im Geri, tanne, kamer, das ist sicher, mach es doch wenig wie a raufe, akav. Jetzt, kdei zu verstehen, die Asugye, darf man mazbe sein, dass da größer machleukes roch mit rasch, boh, in die Asugye. Was ist er machleukes? Der Roch zroogt. Was tut sich da? Was ist der Neuze? Donc, der Roch, se zrengemischt, achbissar das soire mit der chitem, ob die gestein pflanze, dann kommt so, dass der pflanze dann chitem mit soirem zezame. Jetzt, um middinn teure, sogt der Roch, also, weil gewen ein bisschen bei Roch. Jetzt, der ganze Roch nimmt über die... Also, wenn man dann glaube ich, ist chitem, gucke ich auch, na, der ganze Sache ist chitem. Also, wenn ich angripte, so ist es gut, also, der ganze ist chitem. Aber mit Rabonon, haben wir gesagt, ich kann wohl verlassen auf dem Fawos. Was ist, mach es ein, jetzt, die Marasain von uns der Surgye meint, man, als er guckt euch, dass du es jetzt maara gewen, bei Kavona. Das meint der Marasain. Nichts, was ich sage, ist, ich gucke euch, dass du es mit Kavona. Eine von den größeren, ist es der Surgye. Und sie werden damit in die Blatt-A-Lenz. Also, wenn du es mit Kavona ist, ist sicher, dass du es mit Kavona ist, dass du es mit Kavona ist mit den Teure. Andere lernen, das ist manchmal, dass du es mit Kavona reißen, die Kavona reißen, andere lernen, das ist der Problem, dass er immer warte, dass er mit Kavona ist, aber mit Kavona, du es arbeitest nicht, nachher, wenn du es mit Kavona ist, ist Teure nicht. Jetzt, und du hast alle gesagt, du bist doch, a-Groisse-Schir, a-Kamus, was ist, lass mich sagen, eine, a-A-Fiftel, also es mit Kavona, aber du hast mich, wie eine in 4 und 20, hier sind wir in A-Kav, wo du es mit Kavona ist, das ist mit Kavona, kamen, wenn du es mit Kavona ist, wir haben einen Bautl, und du hast du da, dass du nicht mit Kiv targeten bist, noch eine Woche mit Kavona ist. Das ist die Gang, von dem Roche. Der Rachebo, da lange ist schon mal, bin ich so, von der Rachebo, aber es gibt einen Bautl, aber es passt einen Bautl, aber es ist wiederum, es hat es weiter bei slash�. Du hast hier ein Bautl, Oder wenn sie das wohl nicht mit einem Bottel haben, oder wenn sie das nicht mit einem Bottel haben, oder andere Sachen. Aber sie hat sich mit einem Bottel, wo es alles mit einem Bottel ist. Das ist nicht gut, es ist kein Problem, es wird es nicht mit der Kälte sein. Wenn sie nicht mit der Kälte sind, gibt es nicht mehr Probleme. Wo es alles mit einem Bottel ist? Noch, es ist auch gut von dem Mignon, dass es ist, dass es noch etwas ist, wenn es kein Bottel ist, weil es ein Nicker ist. Und wenn sie noch etwas Gutes habe, wo es ist, wenn es nicht so sehr wenig ist, Es ist dann mal so, dass das ganze Zeit nicht so einfach, das ganze Zeit, wenn wir uns nach dem Menschen abnehmen wollen, dass es nicht so einfach ist, aber es ist dann auch nicht so einfach. Aber in der Zeit, es ist dann auch nicht so einfach, dass es nicht so einfach ist. Das ist eine große Stimme, die wir sehen, das ist so einfach, aber das Stimme ist so einfach nicht so einfach, dass es dann auch nicht so einfach ist, dass es dann eine Sache ist, Also nicht das Ganze hätte. Also gewonnen es. Aber wir mailen uns das Schirmut, der muss das die Teure nicht geassert. Für was lehnut der Teure nachher ist das Schores? Das sind die Zweigengen in die Sorge, die zu maßbar sein. Was gibt es bei mir gerade die Diene? Und von wo ist es rausgekommen? Das Schirmut von 1 von 24. Mir gerade die Diene steht nicht unter Mischne. Ist da ein Loch ist? Also ist nicht kein Problem. Oder auch ein bisschen beruf. Oder es lehnut der Teure nachher ist das Schores. Aber bei der Dien, in der Weggestell gewonnen ist, das ist das Schirmut. Schirmut meint, wenn es ist allein gemischt, weniger wie eine von 24. Bessergibbar ist da, das ist von 24. Das ist da eine. Was ist der Problem von anderen Min? Das ist das Mammareg sein. Aber bei der Diene ist das ganz den ganzen Messalag sein von jeneminen. Sog die Mischne weiter. Bein mir mein Eichhot. Bein mir sind 2 Minen. Das ist das Zegett, auf die ganze Jesuheit, das ist das Röwe. Das ist das Mammareg sein. Affeloh mit der Röwe und der Kaff ist von zwei Minen. Schatz ist Röwe von ein Minen. Schatz ist Röwe von zwei Minen. Aber wir haben hier eine Erkrankung. Es gibt nur die Ecke, die Ecke, die Ecke, wo sie geschehen sind. Wir haben jetzt nur die ersten Erkrankung im Spät, und die anderen von anderen. Aber dieses Video sleeve der Ecke, die Erkrankung der Ecke nicht von Schienen sind. Das ist aber was, glaube ich, was man ist zu sagen. Und wenn man weiß, was man sagen, was man sagt, dass man, die Ecke, die Ecke, die Ecke, wenn man nicht von Schienen ist, ist, dass dieser Problem ist. Aber wenn man sie von Schienen, man sie von Schienen, und man sie von Schienen, ist der muss gucken, wie bei der Wand von der авtasen, bei der Zene nicht schnick, und sie ist nicht immer wieder, aber auf dem Fall, dass er nicht ganz gut ist, was bei dem Fall ist, als Daniel nim Nichts nicht zuhlar, aber an der qualifying ist dieser ein Andes nicht zuhlar, also ich meine Noten nicht zuhlar, dass er keine Kälte, oder keine Kälte auf so. Also, als würde ich in der Falle nicht verstehen, dass ihr ein Kälte im Kälte ist, mit dem Kältein nicht zuhlar, ist der muss sohnecht, Das ist die Schmutzung oder andere, die wir sagen, wir nehmen die Zeugung zum Beispiel. Aber wir brauchen keinen Schmutzung, das ist ein bisschen Schmutzung, sondern ein bisschen, das ist ein Schmutzung, das ist ein Schmutzung. Die Frage, die Marapurde, ist, dass wir hier so schmutzungen haben, dass wir bei den Schmutzungen haben, dass wir eine Schmutzung von Schmutzung haben, eine Schmutzung von Schmutzung haben. Null duckub and armen am Mammaish, se beş yu lanno schul in nishkinke lainmetza oidem. Na sojöh, renamed Te Premayshdranza churfon dalein zorgte se dass de gaun eşmaai LDZ wo SA Fantak te anakar mat g permits i meets Company an Val chi isbalen ashchkinke lainmetza oidem eba beti zen an armen meinim imun tzuzzaemener la Bite birfta da oid estr någon y sand� гл Becky Das XD y baoz yüzden Das heißt, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Und wir sagen, wir müssen uns sehr viel sagen. Das ist ein Punkt, was wir nochmals sagen, wenn wir lernen, die Sogis. Von dem Schirr von 21.24, Röi Vaka Fasso. Röi Vaka Fasso ist ein paar 24, das ist ein paar 6 Kav in der Soh. Das ist ein paar Kav, das ist 24, das ist ein paar Soh. Wo ist es besser? Wo ist es besser? Nicht, wenn es in dem Kali ist, in dem Zeroyen. Das ist noch etwas eingepflanzt. Es ist nicht so, dass es in dem Kali ist, wenn es in dem Zeroyen ist. Es ist besser, wenn es wächst. Wenn wir in der Mind, was heißt Chitim, das steht später in der Massechthe, Chitim, ist, dass es auch Zeroyen hat erlägt sich rein in 2,500 Amos Karka, das heißt 50 oder 50 Amos, und es wächst dort in der Sao. Das heißt, der ganze Siebe von dem Zeroyen ist der Karka, in 2,500 Amos, 50 mal 50. Es ist besser, weil bei Chitim ist, dass es nicht in dem Kali was ist der Sao, und es ist allein in 2,500 Amos, und es wächst sehr gut. Die Normen von den 2,500 Amos, also ist es besser. Jetzt, das ist reinlegen, das 24stel von der Kamut des Zeroyen, weil uns dann von anderen ein bisschen zu Hause ist. Das Problem ist, wenn es in den 2,500 Amos das 24stel von dem geht ein Zeroyen, das schaut euch sehr gut. Und vor dem hat man gesagt, wenn man mit den Menschen das 24stel in der Chitim solltet ihr das Reis nehmen. Aber wo solltet ihr das Reis nehmen? Wenn sie wächst, wenn sie weiß, dass es nicht ein Problem ist, geht es zu viel, das ist eine Erwovie. Oder wenn sie das ein bisschen ein bisschen anders. Also wenn man sagt, du kennst in dem von 2,500 Amos, geht allein mehr wie das so. Und wenn sie 20,000 dann ist mehr wie er noch der Schirer. Es ist bei einem der Zeroyen, der 2,500 Amos ist bei der Zeroyen, also wir wissen, dass es nicht so, dass es nicht so, oder andere werden. Aber in der Zeroyen geht es ein bisschen an, dass sie das Reis nehmen. Aber es ist nicht so, dass sie das Reis nehmen. Aber es ist nicht so, dass sie das Reis nehmen. Aber es ist nicht so, dass sie alle die Schirer haben. name Entste will dem V Guten bei der Zeroyen von Der Sie von zu von von Sie Das ? Das ist ein Schicksal. Das heißt, wir sehen uns in der Bibel, in der Bibel, in der Bibel, in der Bibel. Die Bibel, in der Bibel, in der Bibel, in der Bibel. In der Bibel, in der Bibel, in der Bibel, in der Bibel, in der Bibel. Und da liegt man ein bisschen, sowas, bei zweieinhalbzigern. Als ob es hier trois geworden ist, ist es schon ein Problem. was ist weiter einer von 24 das sagt uns Limmich also bei der Regel wenn du handelst mit den solchen Sachen die einer in der Köln was ist sicher es ist ein bisschen anders dass man gehen zu lernen also viele Sachen sagen wir weniger wie er war aber bei der Regel was ist echt in der ersten Woche bei Neufel was ist der Teich bei Neufel bei Yessau also das pflanzt man einen in 2000 und 2000 also wie viel das muss schon in der Lache aber darf es mit dem Maid sein Omer Ripschimen Geschen Schomm Lachmier also also die Getscheeu ist er lochmier mit der Voraus nemen Aaflohokkel was ist Aaflohokkel ist all beszacht aapishton bittruhe mitzdarrefe es echen es es aapos bittruhe bei Neufel bei Yessau hagam adoh ist fakerte mit Zies to do a sach a sach mer pischton digezrohen was mellecte rein in 2000 2000 damer no pflanzt sa mer zafruf ist do aaflohokkel 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 daaflohokkel aaflohokkel maaiet zai vawos val se nocht nisht eine von 24 se kent da sein laun a halbe kav und wenn se 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 halbe kav dem is 1 von 24 pa ma pflanzt an sacha sach mer es rohim es kumt es so laun es voreng voreng is de shir deselbe as 1 24 not laun shna mishna as viflo 1 24 roh kav ap dem sogan mir tos es beitvo 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 voreng obe zahroi niggine she aine niggine odo bai pishton yz de shir aine fom 24 20 amok amok obe kuh zog de gimora vaitvo megeen aine zahe hale gimora onem de gimora anantan ninon de gilse vano zem is as so shay yishbo roh akav zog de gimora anantan nino shay bo ist dann ein Tonig, oder ON? Was ist denn? Ist dann bei dir die Schirrisch, Echt, 24, und, wenn sie es dann ist, das ist Einer Von D. Wenn es dann ist, Einer Von D. Einer von D. Das ist Taisch. Das ist Einer Von D. Es ist Einer von D. Das ist Einer Von von D. Aber wir besuchen вид es noch eine Erschösschütze von 24 und 24. Wir haben noch eine Art dasselung, aber auch eine Art und 25. Und wir besuchen, wie man es sich mit der Erschösschütze, oder man sagt, dass wir es in diesem Bereich sind. Wir können eigene Erschösschütze von 24, die wir uns auf unterhalb der Erschösschütze von 24. Was ist das? nicht in der Fall meint, dass in dem Keli, wo sie das Ruhm verpflanzt, sein. Das ist in der Fall zu der Sode. Kommt uns, hast du Tachauis gemischt, wachsende Geheide bei Mechube. Und er hat das Gang, das ist auch geschnitten. Und jetzt hat das Murovim, die Tvua von der Chitum Söre, meist gemischt, einer mit der Zweite. Auf dem Rettun sie mischt. Leute, die zweite Gang, auf dem Rettun sie mischt. Ja, der meisse ist, die Dinn von Tarova, ist das Ruhm, ist das Selber, das Bede, in der Schoes, aber man mag einpflanzen, ob du es meint, ob sie gewinnen von 24. Ja. Aber das Schaill ist, und es ist bloß, zu mir nicht wegen Todes, und mir nicht wegen, dass sie sich eingepflanzt zusammen. Soge ich, die Geheide bei Mechube. Man an Keimen, wir sind sich so geschnitten. Das ist ein Teil in der Geheide bei Mechube. Also, sie ist so, die Geheide bei Mechube. Also, sie ist so, die Geheide bei Mechube. Amnensch, wo sie gegangen sind, und er hat gegangen ausmischen, und er hat gegangen, und er hat gegangen, und er hat gebeten, und er will das einpflanzen. Das ist nur pflanzende Kelein. Der ganz Heter, gewöhnt euch, sie schäme von sich allein, ist der muss doch, man, es ist nicht kein Problem, das ist geschenk. Du gehst, du weißt, er legst dran ein bisschen zu bewegen, mit deinen Geheide, das ist Kelein mit der Eise. Ja. Ander Leonhard die Icke ist auf eben warten es ja den Kתחile. Faden Tomlin ist die Stonne. Aber das ist kloor mit Tonisch. Immer im Schraben in Zera, also wilos ein Pflanzen. Das ist einfach nicht die Achas. Immer ler Arif. Immer ler Arif meint. Also im Ernst hat ein Gemsches Ruhem da und ein Tachs ist mir eigentlich ein Pflanzen. Aber das Verkaufen. Das Verkaufen geht ihm. Das Verkaufen geht ihm. Das Verkaufen geht ihm. Das Verkaufen geht ihm. Geht er nicht an ein bisschen sohär ihm da. Sog die Immora, viele Kohlschuße an der Arif. Als Gseile, das Verkaufen geht ihm, Man kann nicht allein legen ein bisschen Säurem dort und Säurem ist ein bisschen billig. Aber so ist auch die Gemüse. Also muss man sich selbst von sich allein und dann muss man etwas einpflanzen. Aber in der Kitzel, die Gemüse ist eine da. Also man kann nicht gehen eine Reihe mischen, nicht wenn du gehst einpflanzen. Und nicht wenn du gehst das Verkäufe, dann kann man nicht gehen eine Reihe mischen. Man geht eine Reibe auf Juden mit Beis. Bein die Gemüse ist eine Reihe. Der Gabi, was mir jetzt gesagt hat, dass wenn man verkauft die Räume, darf man achten geben, aber man soll nicht... Man muss nicht anfangen, wenn man nicht anfangen will, wenn man nicht anfangen will, wenn man noch steht in der Lach, sagt man, der Amar, man darfst du legen, der Wort der Amar, ohne wie er führt damit Beis. Der Amar, Rabbi Anker Barache, der Wort Rebbe, Rabbi Abba Barachie, B'Shem Rav, Haburret Zohrois mit der Kirja, Schalchavroi, Chayev Lahamad, Leichiten Joffe Stachteya. Der Tag von der Mies, haben wir gezeiten, und heute gezeiten auch noch mehr, dass er nicht so in den Feld, das hat man das nicht. Wenn man in der Kirja von dem Feld ganz viele Häufen ist von dem, allemal ist er eigentlich nicht der Kohl, der Ofer, der Stehen in der Lach, ist, Akoine ist der normalen Meuchel, in der Maske, als Oiberkauft das O, in der SO liegt, also da ein bisschen zufrieden, ist das normal, wenn man dort nicht los will, so wird das Ofer lachen. Als Oiberk gegangen, Ruben ist der Meuchel, Schimmel geht, ist Tamach Haver, und er nimmt euch alle zurück, aus alle Ofer. Ist er tut der Abel für Ruben, weil jetzt, wenn Ruben da von dem Geben an so Ofer sein, der Kajach, aufhool ist so ein Ofer von Chittim. Und Ruben hat nicht, dass der Meuchel ist von keiner reinlegen, nein, ich stehe in der Lach, das ist toll, aber es ist toll, erstens, dass er so ein Ofer beim Mischel mit einem reinlegen, stehe in der Lach, zweitens, der Koinen, ist Maske, mal da, also, der Moiche wird reinlegen, also Maske, und ich habe sie gewonnen, hat ihn von Freie. Es ist schlimm, wenn sie getan, der Moche, die getäufe, und hat er ausgenommen, wenn man sagt, dass er so ein Ofer hat er bei Eichel war. Das ist ebenso, dass der Musik, also dass er sich verwendet von sich allein, und wie man das Verkauf hat es auch mit dem Mannschaft, aber auch, dass er nicht verwendet von sich allein, ist, dass er mit dem er aus der Reinde. Er ist das, dass er aus der Lach, wenn er aus der Lach, das ist nicht so, dass er noch nicht in der Lach, oder nicht in der Lach. Das ist ja so, dass er auch nicht in der Lach, dass er nur ein Reinde, Aber es ist gut, dass er das nicht so, dass er die Lach, und die Arschung, die jeder verkauft in den Eropah. Was der Arschung ist, ist, dass man die Arschung, er sieht noch ein bisschen aufsäule, wenn man die Arschung, wenn man die Arschung kommt, er sieht noch ein bisschen aufsäule. Wenn man sie nicht zu Bruder, dann ist das ein Versatzes, dass es 100% ist. Das ist so gut. Das ist so gut. Was er hat, das heißt, der Arschung ist, das ist ein Arschung. Auch das ist die Kirche von der Bibel. Ich dachte, die Leute haben noch nie zu tun. Aber wenn ich die Leute nicht mehr so gut sind, dann haben sie einen Schauspieler, die Leute sich ein bisschen zu verabschiedern. Aber ich habe auch schon gesagt, dass sie ein Schauspieler mit dem Rüben hat sie einen Schauspieler gegeben, aber sie hat sie einen Schauspieler gegeben. Und das ist ein Schauspieler. Das ist ein Schauspieler.